Also ich bin jetzt entgegen. Hilfe der Legion, der Pioniere, die Situation in Rammstein in den Griff zu kriegen. Okay. Ich empfehle momentan. Kristalle holen, nehme ich an. Okay, also wir müssen Kristalle farmen, ich habe keine mehr. Ich brauche die gerade für die Siedlermission. Ja. Ich muss mich jetzt gerade erstmal wieder reinfinden. Bisschen kiffen? Ich meine, natürlich sowas machen wir nicht. Hallo? Es sind auch Kinder anwesend, die sich das hier angucken. Schwarzpfote ist in dieser Gegend das Daurun-Alpha-Tier. Okay. Ich glaube, da ist wieder so eine Gruppen-Quest drin. Oh, cool. Schon ein bisschen was abgeschlossen. Finde ich gut. Ah, ich habe hier auch wieder so ein Versteck. Ah ja. Okay. Ha, lol, das ist auf der Karte markiert. Ja, genau. Bevor wir weitergehen. Fiel mir nämlich gerade ein. Hier ist ein EP-Booster, den würde ich erstmal einsetzen. 20 Minuten EP-Boost. Ähm. Und zwar Berufe. So dann. Müssen wir gleich mal die Quiz nachgucken, die ich hier alle angenommen habe. Also ich habe hier im Dorf alles angenommen. Warte mal eben. Pop, pop, pop. Ah. Ixilos? Ist das richtig? Nein, ich tue nur so. Wie ging das denn nochmal? Ich versuche dich gerade irgendwie... ...spielen zu fügen. Optionen, da war's. In Gruppe einladen. Yeah, that's it. Sind wir im selben System? Ja. Wo ist denn du Luder? Ich hab hier beste Qualität. Kann man Koch eigentlich immer werden? Nein. Nein. Okay. Kochen. Fleisch mal Zeit. Cool. Benötigtes Material. Oh, ich hab das sogar da. Du musst in der Nähe an der Handwerkstation sein. Okay. Das ist keine Handwerkstation. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie man das macht. Nein, das wird irgendwo bei den Skills stehen. Jetzt muss ich mich wieder überall durchfummeln. Da war's doch. Nützliches. Pfad? Wo ist denn Kochen? Wozu zählt das bitte? Da nicht. Scheiße. Ansehen. Ach, das ist gay. Kochen, das ist gay. Sozial. Okay. Achso. Ja. Zurecht. Nein, ich hab ein Lagerfeuer gebaut. Oh, jetzt hab ich wieder ne Stunde kein Lagerfeuer. Und das nur, weil ich nachgucken wollte, wo man Kochen benutzen kann. Gott, ist das leßend. Ich hab einen Beruf erlernt. Yay! Jetzt muss ich noch wissen, wie man da... ... Unterstützung... Schwule. Scheiße. Berufe. Klar, Mensch. Ist doch klar, dass es klar ist. Muss man doch wissen. Ja. Yay! Ich hab Fleisch hergestellt. Warte mal. Aufkoche 300 Fleischgerichte. Ja sicher! Ah, kochen zählt als Hobby, deswegen kannst du das auf jeden Fall immer machen. Okay. Gut zu wissen. Achso, ich hab jetzt gelernt, ähm... ...Schneider. Ich werd das nicht zweimal sagen. Also ich hab jetzt Kochen mit drin stehen in der Liste. Ich hab vorhin gesehen, Architekt, hast du den Beruf mal angeguckt? Ja, ist nichts für mich. Ja, ist nichts für mich. Ja, ich hab schon überlegt, eigentlich für einen Siedler wär das ganz cool, aber da brauchst du zu viel Grundmaterialien, da hab ich keinen Bock drauf. Ja. Deswegen hab ich überlegt, ob ich den Technologen mit Reliktjäger mache. Das ist quasi Alchemie und Kräutersammlein in anderen Spielen. Weil dann hätten wir, ähm, quasi, die Möglichkeit uns nachher Tränke und sowas selber zu brauen. Aber sowas kann immer mal wichtig werden. Vor allem so Waffen und Rüstung und sowas findest du meistens nachher in Verliesen oder Instanzen oder wie auch immer die nachher hier heißen. Äh, bessere als das, was du bauen kannst in der Regel, oder? Was meinst du? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Komm, scheiß drauf. Yay! Erfolg verliehen. Ich werd das nicht zweimal sagen. Und Reliktjäger lernen. So, Baupläne, kochende Technologie. Mit Spritze, kann ich schon irgendwas herstellen? Nö. Standard, Omniplasma und Granatapfel. Oder nur Reagenzien für Berufe. Gelbglößerum. Granatapfelserum. Okay, mit Spritzen. Standard, Omniplasma. Okay, das ist ne Werkbank. Nice to know. Aber es gibt bestimmt auch Händler dafür, oder? Wofür? Für Bauteile, oder? Ja. Dann wollen wir deinen Körper mal in Schuss bringen. Warte erst, bis ich den Bäumen davon erzähle. Mach dich auf die Socken. Mach dich auf die Socken. Okay. Ich konnte hier noch ein paar Quests beenden. Und hab ein paar neue gekriegt. Okay. Ne Arbeitsauftragstafel für... ...Handwerk, lol. Ah. Ah. Okay. Achso. Ah, damit man weiß, wie man ne Matchspritze herstellt. Wunderschätzt. Dann wollen wir deinen Körper mal in Schuss bringen. Mach dich auf die Socken. Warte, muss ich echt gucken, wo ich... Aaaaaaah. Ich hab schon wieder auf der Map rausgesoomt, statt rein. Ich musste das echt abgewöhnen, ne? Ah, ist das ätzend. Ich muss jetzt für meinen Beruf knorriges Kernholz sammeln. Endlich mal hast du nen Beruf, wa? Achso. Ich spiel jetzt. Im realen Leben haben wir ja beide nen Job. So. Okay, okay, okay. Ich kann hier ne Quest wegbringen direkt. Finde ich auch ganz nett. Ich höre. Wir haben hier Ärger. Beeil dich mal. Die Zeit arbeitet nicht gerade für dich. Schnittstelle Schaden. Das Recht wird sich durchsetzen. Aha. Puh. Satan, ich hab ne ganze Reihe Quests hier in der... in der Dings, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich zieh dich! Muss ich hier noch irgendwas bauen? Ach, die Reagenzien... Reagenzien für irgendwas? Ne, jetzt nicht bauen. Okay. Ich gucke mir mal eben kurz die Quests an. Questlog. Besorge eine spiro... ...vertranken... ...Mettspritze. Ah. Scheiße. Wo ist denn die hier? Steht hier bestimmt wieder irgendwo rum. Rustmeister. Detekt. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Ach, das soll man herstellen? Ne, soll ich abholen? Ne, soll ich abholen? In Algo-Fels. Richtig? Oder sehe ich das falsch? Ne, sehe ich falsch. Man kann übrigens maximal 40 Quests auf sich nehmen, habe ich gerade gelesen. Ich habe dich gebeten, Mettspritzen herzustellen, damit er können als Technologin einschätzen kann. Lol, die wollen jeweils 12 Mettspritzen von mir haben. Haben die gelitten? Du hast gelitten. Ah, ok. Oh, oh, oh. Lass' auf den linken. Oh, 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 oh. Du hast gelitten, Te beinanden. Uh, oh, 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 oh. Okay. Untertitelung. BR 2018 Wo ist denn das? Scheiß drauf. Komm wir farben uns jetzt hier kaputt. So wie wir es immer tun. Ich raff nämlich sonst nicht, was ich überhaupt hier machen soll. Ich habe jetzt irgend so ein Item eingebaut. Was ich auch noch nicht so ganz weiß, was mir das bringen soll. Das ist dieses komische Holz suchen. Ich habe keinen Plan, wo ich das finde. Wenn ich mir mal die Tutorials durchlesen soll. Das geht mir ähnlich. Ich habe jetzt den Relikt Blaster für Anfänger. Wird für die Reliktjagd benutzt. Am Werkzeugplatz ausrüsten und zum Benutzen auf eine Relikt... Relikt... Knoten rechts klicken. Scheiße. Ja, gucke ich mir auf YouTube ein Tutorial an, wie das irgendwann mal geht. Verlinke ich euch dann in der Videobeschreibung oder sowas. Nee. Mach ich nicht. Irgendwie kommen wir da schon hinter. Wo ist denn wir jetzt? Also ich muss nach unten links questen oder nach oben über die Wiese. Was wollen wir erst machen? Was ist das denn? Kummel dran, Alter. Ich sagte, ich muss entweder nach links in die Berge oder nach oben über die Wiese. Ich schaue gerade, wie das funktioniert hier mit dem Holzfällen. Weil irgendwie muss ich da einfach nur Bäume mitfällen. Ich habe irgendwie 50.000 Quests hier in der Stadt, ne? Da ist ein Standard-Relikt-Vorkommen. Eine. Warte mal. Ich komme sofort wieder. Ich gehe mal eben zu diesem Standard-Relikt-Vorkommen. Das ist irgendwie strange.